Kapitel 1 der Vorlesung Information Retrieval Terminologie In den Informationswissenschaften werden drei grundlegende Konzepte unterschieden, nämlich Daten, Information und Wissen. In dieser Vorlesung verwenden wir die folgenden Definitionen dieser drei Konzepte. Definition 1. Daten Eine Sequenz von Symbolen, aufgezeichnet auf einem Speichermedium. Daten werden typischerweise in Dokumente organisiert, wobei jedes Dokument einen mit Bedacht gewählten Ausschnitt enthält, die gemeinsam eine semantische Einheit bilden. Beispiel für Dokumente sind Gegenstände wie Briefe, Bücher, Videos, bis hin zu Steintafeln, in die etwas eingeritzt wurde. Die Definition von Daten ist hier nicht auf digitale Daten beschränkt. Digitale Daten sind Sequenzen von Bits auf einem digitalen Speichermedium. Ein digitales Dokument entspricht dann einer Zusammenstellung von Daten in Form einer Datei, wobei voraussetzen, dass das digitale Speichermedium mit irgendeinem Dateisystem formatiert ist. Definition 2. Information Daten, die nützlich sind Nützlichkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die fraglichen Daten jemandem helfen, ein Ziel zu verfolgen oder ein Bedürfnis zu befriedigen. Der Grad der Nützlichkeit von Daten, bzw. der Grad, zu dem Sie Informationen für jemanden darstellen, kann variieren. Nehmen Sie die Zeichenkette A hoch 2 plus B hoch 2 gleich C hoch 2. Ohne mathematische Kenntnisse ist diese Symbolfolge bedeutungslos und damit nutzlos. Mit grundlegenden Kenntnissen kann diese Symbolfolge zu entscheidenden Informationen werden, z.B. für einen Schüler, der die Formel des Satzes des Pythagoras vergessen hat und deshalb die Frage eines Lehrers nicht beantworten kann. Mit normalen Kenntnissen der Mathematik sollte allerdings der Grad der Nützlichkeit dieser Symbolfolge wieder abnehmen, da Sie sie alle kennen. Wir betrachten den Begriff der Information hier qualitativ und als ein subjektives Empfinden einer Person. Demgegenüber steht der quantitative Informationsbegriff aus der Informationstheorie. Definition 3 Wissen Eine gerechtfertigte, wahre Überzeugung, die auf Basis von Wahrnehmung, Selbstbeobachtung, Erinnerung, Schlussfolgerung oder Zeugnis erworben wird. Diese Definition ist der Epistemologie entnommen, einem Gebiet der Philosophie, das sich unter anderem mit der Frage befasst, was Wissen ist. Eine Behauptung, P, wie Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, zu wissen, setzt demnach voraus, dass man von P überzeugt ist, P wahr ist und man einen guten Grund hat, davon überzeugt zu sein, dass P wahr ist. Persönliche Überzeugung ist notwendig, da es selbst umgangssprachlich unsinnig wäre, zu sagen, dass man P weiß, aber nicht daran glaubt. Oder anders ausgedrückt, es gibt die Redewendung, das glaube ich nicht, das weiß ich, die man auf die Frage antworten könnte, glaubst du, dass Berlin Deutschlands Hauptstadt ist? Man unterstreicht so, dass man nicht nur glaubt, sondern mehr als das. Man weiß. Man bemerkt jedoch allenthalben Mal bei seinem Gegenüber, dass er oder sie von tiefer Überzeugung ist, dass eine Behauptung wahr sei, obwohl dies objektiv nicht stimmt. Zu sagen, Herbert weiß, dass Bonn die Hauptstadt Deutschlands ist, aber natürlich ist Bonn nicht die Hauptstadt Deutschlands, würde man nicht akzeptieren. Von außen betrachtet spricht man nicht davon, dass der von einer falschen Behauptung überzeugte Herbert über Wissen verfügt, sondern nur an etwas Falsches glaubt. Herbert hält die Behauptung lediglich für wahr. Überzeugt von einer wahren Behauptung zu sein, reicht jedoch nicht, um über Wissen zu verfügen. Nehmen Sie als Beispiel die Behauptung, dass das nächste Fußballspiel zwischen Dortmund und Schalke 2 zu 2 unentschieden ausgeht. Diese Vorhersage ist eine Behauptung und es besteht die Möglichkeit, dass erstens man sich selbst davon überzeugt, dass die Behauptung wahr werden wird und zweitens, dass sie dann tatsächlich genauso eintritt. Würden Sie sagen, dass jemand, für den beides zutrifft, über Wissen über den Ausgang des Fußballspiels verfügt? Insbesondere dann, wenn Sie zusätzlich erfahren würden, dass alle anderen Vorhersagen derselben Person fast immer falsch waren. Wir unterscheiden daher zufällig wahre Aussagen von denen, die beispielsweise aufgrund von sorgfältigen Überlegungen zustande kommen. Und nur letztere sind Wissen. Der Unterschied ist, dass man auf Nachfrage eine Rechtfertigung für die Überzeugung erhält. Rechtfertigungen können auf verschiedenen Quellen beruhen, die in der Definition aufgezählt sind. Die eigene Wahrnehmung, Selbstbeobachtung oder Introspektion, Erinnerung an früher erworbenes Wissen, Schlussfolgerungen auf Basis folgerichtigen Denkens oder Zeugnis verlässlicher Dritter. Gerade Letzteres ist der Ursprung der Wissensbildung mithilfe von Suchmaschinen. Auf den Punkt gebracht, sollen Suchmaschinen, die für ihre Nutzer oder Nutzerinnen gerade möglichst nützliche Informationen auf Anfrage liefern und liefern damit Zeugnis aus verlässlichen Quellen, damit der oder die Nutzerin Wissen erwerben kann. Ein Disclaimer. Es gibt in der Forschung keinen Konsens über die Definition dieser drei Konzepte. Sie sind Gegenstand der Forschung, philosophischer Diskurse sowie von Kontroversen und ihre Definition ist abhängig von der Betrachtungsweise. Die hier gewählten Definitionen rücken insbesondere in den Vordergrund, dass Suchmaschinen so konstruiert werden sollen, dass sie ihren Nutzern und Nutzerinnen nützlich sind. Es gibt jedoch in der Fachliteratur zahlreiche andere Definitionen. Zins hat 2007 44 solcher Definitionen gesammelt. Aufbauend auf den Definitionen für Daten, Informationen und Wissen definieren wir nun, was ein Informationssystem, ein Informationsbedürfnis und was Relevanz ist. Definition 4 Informationssystem Ein System bestehend aus Daten, Hardware, Software, Betreiberinnen und Betreibern wie Nutzerinnen und Nutzern zur Sammlung, Erzeugung, Speicherung, Verarbeitung und Verteilung von Informationen. Der Begriff System schließt hier explizit auch Nutzer und Nutzerinnen mit ein und ist nicht bloß auf Computertechnik beschränkt. Es handelt sich also um ein soziotechnisches System zur Informationsverarbeitung. Betrachten Sie als Beispiel eine Bibliothek, die Computertechnik wie auch menschliche Mitarbeiter einsetzt, um Informationsbedürfnisse zu erfüllen. Wir sind nichtsdestotrotz an vollautomatischer Bereitstellung von Informationen interessiert. Definition 5 Informationsbedürfnis Das Bedürfnis eines Nutzers bzw. einer Nutzerin, Informationen zu erlangen, um ein bewusstes oder unbewusstes Ziel zu erreichen. Die Informationswissenschaften postulieren ein Bedürfnis oder sogar eine Art Trieb, sich Informationen zu beschaffen, wann immer man bei der Verfolgung eines Ziels nicht mehr auf Basis des eigenen Wissens vorankommt, sondern auf die eigenen Wissenslücken aufmerksam wird. Das Bewusstwerden über eine Wissenslücke zieht das Bedürfnis nach sich, diese zu füllen. Mittlerweile wurde das Studium der Informationsbedürfnisse ausgeweitet auf das sogenannte Informationsverhalten, also die Gesamtheit des menschlichen Verhaltens in Bezug auf Informationsquellen und Informationskanäle, die aktive und passive Suche nach Informationen, sowie die Nutzung von Informationen. Definition 6 Relevanz Der Grad, zu dem eine Portion Daten das Informationsbedürfnis eines Nutzers bzw. einer Nutzerin erfüllt. Daten sind relevant für ein Informationsbedürfnis, wenn sie vom Nutzer bzw. der Nutzerin als Information wahrgenommen werden. Je näher die Information den Nutzer bzw. die Nutzerin an die Erlangung derer Ziele bringt, umso relevanter ist die Information. Mit dem Begriff der Relevanz erfasst man den zuvor schon besprochenen Grad, zu dem Daten als Informationen für einen Nutzer oder eine Nutzerin herhalten können. Zur Illustration, wie die Grundbegriffe des Information Retrievils zusammenhängen, stellen Sie sich vor, dass Sie ein Ziel verfolgen oder eine Aufgabe nachgehen. Um Ihr Ziel zu erlangen bzw. die Aufgabe zu lösen, bedienen Sie sich zunächst Ihres Wissensschatzes. Und solange Ihr vorhandenes Wissen ausreicht, können Sie autonom darauf hinarbeiten. Wenn das Vorwissen aber mal nicht ausreicht, das Ziel zu erlangen bzw. die Aufgabe zu lösen, zeigt sich eine Wissenslücke. Man stellt sich vielleicht eine Frage, auf die man keine zufriedenstellende Antwort parat hat. Der nächste Schritt oder die Herangehensweise zur Lösung des vorliegenden Problems ist unklar oder es fehlt Faktenwissen. Bewusst oder unbewusst verspürt man das, was wir im Information Retrieval mit dem Begriff Informationsbedürfnis umschreiben. Also der Drang, sich Informationen zu beschaffen, um die eigenen Wissenslücken zu schließen. An dieser Stelle ist es nötig, sich die Informationen von außen zu beschaffen. Das heißt, sich an Dritte zu wenden, von denen man vermutet, dass sie die nötigen Informationen besitzen. Es stehen dafür eine ganze Reihe von Informationssystemen bereit, angefangen bei den Personen in der Umgebung, die man fragen kann, bis hin zu Suchmaschinen und insbesondere Web-Suchmaschinen. Man stellt also eine Anforderung von Informationen an das gewählte Informationssystem in Form einer Anfrage. Die Anfrage wird in der Sprache des Informationssystems formuliert. Eine Sprache, die man als Nutzer des Systems zunächst erlernen und verstehen muss. Das Informationssystem verarbeitet die Anfrage und stellt die zur Verfügung stehenden Dokumente so dar, dass sie vom Nutzer betrachtet werden können. Der Nutzer muss nun entscheiden, ob die angezeigten Dokumente das der Anfrage zugrunde liegende Informationsbedürfnis erfüllen. Genauer gesagt, ob die Dokumente relevant sind und so dazu beitragen, das Informationsbedürfnis zu befriedigen und die Wissenslücke zu schließen. Wenn das nicht der Fall ist, kann der Nutzer seine Anfrage umformulieren, um andere, relevantere Dokumente zutage zu fördern. Gleiches gilt in Fällen, in denen die Dokumente das Informationsbedürfnis nur teilweise befriedigen und die Wissenslücke dementsprechend nicht vollständig schließen. Wenn der Punkt erreicht ist, in dem die vom Informationssystem gelieferten Dokumente das Informationsbedürfnis zur Zufriedenheit des Nutzers befriedigen und die Wissenslücke damit geschlossen ist, nimmt der Nutzer die Verfolgung seines Ziels bzw. die Erfüllung der Aufgabe wieder auf. Diesen Prozess der Informationsbeschaffung zu unterstützen, ist das Ziel des Information Retrievals. Das Forschungsgebiet untergliedert sich in das sogenannte systemorientierte Information Retrieval, das sich vor allem um für Suchmaschinen und andere Informationssysteme benötigte Modelle und Algorithmen sowie ihre Umsetzung in Hardware und Software dreht. Darüber hinaus wird im kognitiven Information Retrieval die Schnittstelle zwischen Mensch und Suchmaschine untersucht, also die Formulierung von Suchanfragen sowie die Darstellung für und Aufnahme von Informationen durch den menschlichen Nutzer. Im nutzerorientierten Information Retrieval steht der Nutzer und sein Verhalten bei der Informationsbeschaffung im Zentrum der Betrachtung. Auf Basis der Grundbegriffe und ihrer Zusammenhänge können wir nun das Information Retrieval selbst definieren. Die Definition ist zweigeteilt. Definition 7 Information Retrieval Die Beschaffung von Informationen aus Daten, die relevant für ein Informationsbedürfnis sind. Als Forschungsgebiet befasst sich das Information Retrieval mit der Rolle von Informationssystemen im Wissenstransfer über Daten sowie dem Design, der Implementierung, der Evaluierung und der Analyse solcher Systeme. Wie schon erwähnt, wird im systemorientierten Information Retrieval die Rolle von Informationssystemen auf Retrieval-Technologie reduziert. Im kognitiven IER wird die Rolle von Informationssystemen in den Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Maschine betrachtet, wohingegen im nutzerorientierten IER Retrieval und Informationssysteme als soziotechnische Systeme betrachtet werden. Soziotechnisch bedeutet das Wechselspiel von sozialen und technischen Aspekten einer Organisation, sowohl im Kontext der Arbeitswelt, aber auch im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext. Design bezieht sich auf die Architektur von Retrieval-Technologie, die eingesetzten Algorithmen und die Schnittstellen. Implementierung auf Hardware, Deployment und Betrieb. Evaluierung auf Effektivität und Effizienz. Und Analyse auf Experimente, Nutzerstudien und Log-Analysen, die tiefere Einsichten in die Funktionsweise von Retrieval-Technologien in der Praxis geben. Im Kern des Information Retrieval steht die Bewältigung von vier Herausforderungen. Erste Herausforderung. Vage Anfragen. Welche Frage oder welches Ziel hinter einer Anfrage steht, kann regelmäßig nicht ausschließlich anhand der Anfrage ermittelt werden. Nutzer formulieren ihre Anfragen zu unspezifisch und wissen möglicherweise nicht, dass noch andere Interpretationen möglich sind. Oder dass sie nicht das richtige Vokabular verwenden, das in den Dokumenten, die ihre Informationsbedürfnisse erfüllen, vorkommt. Des Weiteren genügt oft eine einzelne Anfrage nicht, um ein Informationsbedürfnis zu befriedigen, sondern es braucht eine längere Sitzung und Interaktion mit der Suchmaschine, was gemissermaßen einen Dialog gleichkommt. Nutzer haben außerdem die Suchergebnisse jüngster Suche noch im Kopf und formulieren auf dieser Basis neue Anfragen bzw. kombinieren Erkenntnisse in ihren Anfragen, die sie aus unterschiedlichen Informationsquellen bezogen haben. Zweite Herausforderung. Unvollständiges und unsicheres Wissen. In den meisten Anwendungsbereichen von Suchmaschinen können die Anbieter von Informationen nicht von sich behaupten, einen vollständigen Überblick über das potenziell verfügbare Wissen bereitzustellen. Gleichzeitig sind die vorhandenen Informationen oft mit Unsicherheit verbunden. Die daraus resultierenden Dokumente geben zwar vielleicht den Wissensstand nach bestem Wissen und Gewissen ihrer Autoren oder Autorinnen wieder, jedoch nicht den objektiv besten Wissensstand. Nutzer von Suchmaschinen müssen sich dieser Tatsache bewusst sein und dürfen nicht erwarten, auf jede beliebige Frage eine perfekt passende Antwort zu finden. Stattdessen müssen sie die mit Unsicherheit behafteten Fundstücke der Suchmaschine bewerten und auf Basis eigener Überlegungen die so erhaltenen Informationen bewerten. Das ist insbesondere auch in Suchdomänen der Fall, die inhärent von Unsicherheit behaftet sind, wie Politik, Religion, Geschichte, die Nachrichten und nicht zuletzt das Web. In allen diesen Domänen gibt es viel Interpretationsspielraum sowie Interessenvertreter, die eine Deutungshoheit zu erringen suchen. Des Weiteren sind Computer trotz der großen Fortschritte der letzten Jahre noch immer kaum in der Lage, die Nuancen der menschlichen Sprache zu erfassen und korrekt zu repräsentieren. Dritte Herausforderung, Qualität der Ergebnisse Aus den beiden vorigen Herausforderungen folgt, dass die Erwartung, dass eine Suchmaschine zu jeder Anfrage das perfekte Ergebnis liefert, nicht zu erfüllen ist. Stattdessen sind die Suchergebnisse vom limitierten Verständnis einer vage formulierten Anfrage sowie dem nur oberflächlichen Verständnis der indizierten Dokumente geprägt. Darüber hinaus erwarten unterschiedliche Personen für ähnliche Anfragen durchaus unterschiedliche Ergebnisse, auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. All das muss bei der Bewertung der Qualität von Suchergebnissen mit einbezogen werden und macht selbst die Messung der Qualität von Suchmaschinen zu einer Herausforderung, geschweige denn die Optimierung der Suchmaschinen zur Maximierung der Suchergebnisqualität. Vierte Herausforderung, Effizienz Die Praxis hat gezeigt, dass zu lange Wartezeiten auf Suchergebnisse die Nutzerzufriedenheit schmälern. In der Industrie gilt, dass Suchergebnisse quasi auf Knopfdruck da sein sollen, niemals langsamer als eine Sekunde. Bei bis zu Milliarden von zu durchsuchenden Dokumenten ist das eine große technische Herausforderung. Es bedarf optimierter Algorithmen und Datenstrukturen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und bei gleichbleibender Suchergebnisqualität die Suchgeschwindigkeit zu maximieren. Es ist anzumerken, dass die Beschreibungen und Unterscheidungen zwischen systemorientiertem, kognitiven und nutzerorientiertem IR nicht in Steinen gemeißelt sind und auch in der einschlägigen Literatur nur vage umschrieben werden. Betrachten Sie dazu die Auszüge aus den Büchern auf der Bemerkungsfolie. Mit Beküomen